hallo 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 ich bin der kuhmann das ist minecraft und wir haben ein weiteres let's play welches hier gleich stattfinden wird oder wir sagen so es hat bereits begonnen so meine lieben leute wir machen hier aushub weil wir müssen hier minekarten und zwar ist es ja so wir haben hier diese geschichte mit denen mit den observer genau das ist schon wieder länger her als ich das letzte mal gespielt habe sicher ein tag oder so also wir machen jetzt das hier so wir haben hier diese geschichten dass sie hier auf basis von steinen einen zug machen werden einen einen zug der zug ein minecart ding da müssen wir hier noch ein bisschen nach hinten ich würde sagen bis hier bis hier nachher müssen wir die fakten wieder wegnehmen hier kommt so ein topf hin wie heißt das ist so ein hopper dann brauchen wir 1234 hopper dass das hier reingeschmissen wird und dann müsste das eigentlich dann funktionieren dann holen wir mal antriebsgleise gold klätze redstone fackeln einiges zu holen jetzt gerade würde ich mal sagen das wäre schon cool wenn wir jetzt das heute so finalisieren könnten was mache ich hier nichts gold eisen und co 47 jahres lang sogar für zwei blöcke das ist gut da müssen wir ein bisschen redstone haben haben wir hier fackeln haben wir auch das ist gut dann wo haben wir die schienen hingetan sind die nach oben könnte sein ne also gucken wir mal zwei blöcke dann brauchen wir redstone redstone fackeln mache ich dieses so schon wieder näher so super zwei stück sehr schön dann dann hoppa 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 hallo dann mal gucken wo haben wir eisen hat man hier noch mehr machen wir zweimal kommen da haben wir 18 eisen 19 eisen dabei das sollte ein bisschen reichen riechen genau so wir machen jetzt mal ein hoppa den machen wir so zack 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 sehr schön nachher brauchen wir noch einen dann später noch ein paar eigentlich aber die machen wir nachher jetzt will ich erst mal so das grundgerüst bauen von meiner anlage da anlage da genau hey und ist bei mir jetzt schon so weit fortgeschritten ich muss für die ferien doch irgendwie elf zwölf folgen produzieren es ist schon freitag vor dem ferien also ich denke muss ich noch was sagen nicht wirklich die zeit wird knapp meine lieben damen und herren die zeit wird knapp dann wie war das kann ich das hier machen mit mit den goldklötzen probieren wir einfach mal wir werden sehen ob es dann klappt oder nicht so einer hier weißt du was können wir machen das hier so hier so ein klötzchen hin dann mal gucken ob ich hier die redstone fackel gleich einmal zweimal scheint es schön wir haben roh gutes licht gut dann müssen wir hier mal gucken wie wir hier so ein hopper hinbekommen muss ich da vielleicht hier was noch mal weg nehmen kurz entschuldigung i'm sorry machen wir das mal so wo haben wir den hopper hoppa sehr schön dann wollen wir den bambus wo das ist ja richtig viel bambus was wir hier haben gut das müsste somit funktionieren da kann man den wieder wegnehmen hopper geht in die richtung das ist schön das holen wir mal ein paar schienen hier kommt antriebsschiene brauche ich und ich hoffe ich bin da nicht zu hoch also ich zu tief also der platz dazwischen meine ich ich bin gespannt dann müssen wir sagen wenn das dann funktioniert wäre das schon schön nee das ist nicht hier habe ich das hier hier aktivator rail 12 rechts und rechts zack 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 sollte reichen was haben wir hier 8 nehmen wir das mit den wagen müssen wir natürlich auch haben das bringt sonst alles nichts und wir sind gespannt ob das dann so klappt wie sich das der kuhmann überlegt oder ob ich hier ein überlegungstechnisches problem in meinem herrn habe somit auch übertragen auf die anlage kommt noch eins runter was so schön ist ich finde die musik so gut recht so also wie ist das jetzt eine aktivator rail machen wir einfach hier zwei sollte das reicht das wohl ich weiß es gar nicht ich bin mir nicht sicher ob das klappt das scheint zu klappen nee das wollte ich gar nicht nee nicht der den komm das problem ist wenn ich das nachher zu machen und es klappt nicht dann ist es doof aber ich denke ich fühle das erst mal mit erde auf so also zeig mal jetzt haben wir hier das zeug für die kiste das zeug für eine kiste dann haben wir das hier nee ja gut die brauchen wir nachher sowieso für die hopper wie viel eins zwei drei vier fünf können wir machen gleich zwei hopper wenn wir schon hier sind kostet ja nichts so zack 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 hopper hopper die hopp hopper 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 zwei stück gehen wir nach hinten gucken wir hey und wie gehst du hier da draußen ich hoffe du freust dich schon auf zwei wochen videos währenddem ich nicht hier bin so wie setze ich das zusammen so ist das das muss ich das noch irgendwie aktivieren shift to dismount oh oh bin ich erschrocken meine lieben leute ah der ist jetzt wieder getrennt muss ich die hier weiter hinten und nach oben tun mal gucken wie lasse ich das ist eine frage die sollte man nicht stellen wie lasse ich den denn fahren ist es vielleicht doch so redstone macht das sinn muss ich hier noch ein knopf knopf haben oder so ein buton fragen über fragen ich habe keine ahnung echt aktivator rail was gibt es denn hier noch für rails ich brauche baukasten werkzeugbank zeig mal pirate rail ach so macht sinn also komm dann nehmen wir nochmal ein stückchen gold oh ok pirate rail sechs stück da probieren wir es mal mit dem ob es dann vielleicht fahren würde das ding was denkt ihr könnte das sein ist dies der fehler meine überlegung wir werden es rausfinden so komm alles klar weg weg muss ich hier vielleicht dennoch wieder eins runter so wir probieren es nochmal kann das das rätsellösung sein oder muss ich redstone fackel hier unten setzen hast du gesehen oder da hinten wir finden es raus oh meine damen und herren muss ich denn hier überhaupt so einen klotz haben wenn ich das nicht einfach so mache so ich und technik ich sag's dir wir sind kollegen so jetzt bin ich gespannt wir nehmen aber für eine kürzere Wartezeit hier noch ähm 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 äh jetzt geht's aber los hier bam ähm 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 das wäre ja sehr schlau ähm äh äh ä ä ä ä ä ä ä ä Und du? Warum bist du noch da? Das müsste jetzt hier reingegangen sein. 13 Stück. So, super. Ah, ist das schön. Gut, das heißt, es funktioniert. Ei, Schritt für Schritt. Zum Glück. So, 17. 17, 11. Da würde ich sagen, dann wird hier gesteinert. Stone haben wir noch, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, aufräumen. Hallo? So. 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 Kann ich hier das wieder wegnehmen? Hier füllen wir auf. Das Auge ist ja mit, oder spielt ja mit. So. Dann Stein. Hier kommt Stein hinein. So. Dann brauche ich denn hier Glas. 1, 2, 3, 6. 6 Gläser. Wie viele Hopper fehlen uns noch? Einer oder zwei? Komm, machen wir gleich. Was haben wir denn hier? Zu wenig Eisen. Sehr gut. Zack. Kisten haben wir noch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Glas haben wir gesagt. Wir hätten gerne Glas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Dann können wir meistens mal mit dem. Oder wollen wir hier? Wir könnten natürlich auch sagen. Wir haben ja diesen Kollegen hier. Machen wir weiter. So. Einmal rundherum gibt. Ah, das ging. Sehr schön. Dann lass uns hier den Hopper machen. Falsch. Gut. Na, wo ist er jetzt? Dieser Frechdachs. Das nehmen wir doch mal weg hier. Entschuldigung. Da brauchen wir einen Hebel. Einen Hebel. Das können wir so machen. Dann haben wir noch Stickys. Ist so, nicht wahr? Ein Leather. Mal gucken, ob ich den Hopper erst montieren hätten sollen, müssen. 23. Scheiße. Die Zeit rennt. Ach, schon wieder eine Folge, in der ich es nicht geschafft habe, fertig zu machen. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Nee. Komm, das gebe ich mir jetzt noch kurz. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Los. So. Und mit diesem Hebel müsse ich dann eigentlich hier... Und mit dem Hebel... Dawne. Das mache ich dann Video. Aber es wird zuschraubt. Und mit dem Ohr, das geht mit diesem Hebel. Und mit dem Hebel. Und mit dem Hebel IOG. Dein Hebel. Und mit dem Hebel zu erinnern. Und mit dem Hebel. Jetzt ist es geschlossen. Es funktioniert. XP-Maschine läuft. Ja. Mann, ich bin gut. Ich bin richtig gut hier. Ach, ich habe Freude. Ich habe richtig Freude. Haben wir noch eine Stufe hier? Nee. Aber hey, Projekt, abgeschlossen. Das müssen wir oben noch zumachen. Abschließenderweise. Macht man gleich jetzt. Und dann, muss man sagen, dann haben wir unsere XP-Maschine. Oh ja. Schön. Hier haben wir Gläser, acht Stück. Und zwei. Zack, zack. Cool, gute Sache. Ich habe Freude. Wirklich. Ich habe wirklich Freude. Das ist der Wahnsinn. Kaktus-Farm. Bambus-Farm. XP-Farm. Schön. Schön. Ja, und mit diesem schönen Blick hier in die Maschine verabschieden wir uns für heute und sagen, hey, bis morgen. Wenn es hier wieder heißt, Minecraft mit Kumon und abgefahrenen Ideen. Das ist der erste Anfang. Das verspreche ich euch. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Das war's. Ja.